hallo leute und herzlich willkommen zu einem kleineren weiteren Pokémon Tutorial und zwar zeige ich heute wie ihr zu Sabrina findet und zwar müsst ihr einfach hier den Teleportern folgen den ich folge so zack und dann hier drauf und dann kommt ihr schon hier in der Mitte bei Psychic Cameroon an und ja dann müsst ihr nur noch einmal hier rauf und zack hier ist Sabrina gegen die müsst ihr dann kämpfen und hiermit kommt ihr dann wieder zum Ausgang so ich hoffe ich konnte euch mit diesem Tutorial wieder ein kleines bisschen helfen wenn ja dann lasst mir doch gerne ein Like da bis zum nächsten Mal haut rein ciao